Hallo! Hallo! Seht euch bitte! Heute lesen wir die Verkehrsregeln und dabei hilft uns dieses Buch. Es heißt, die Straße ist nicht böse. Oh nein, das weiß ich alles schon genau! Noch einmal lernen und wenn wir hören, nein! Das will ich nicht! Stöpa geht aus der Schule nach Hause zurück. Er geht mit dem Handy in der Hand und geht über die Stöpa ohne nach links und nach rechts zu sehen. Damit schafft er die gefährliche Situation auf dem Fahrwerk. Dabei steht Stöpa das fliegende Flugzeug und bleibt auf dem Fahrwerk stehen, um sich das Flugzeug anzusehen. Stöpa sitzt auf der Umzäunung und denkt nach. Ura weiß vorüber. Das arme Kind geht irgendwie mit mir nach Hause. Es ist geschneit und fühlt sich sehr schnell. Ein blauer Reflekt am linken Auge ist zu sehen. Hallo! 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 Das ist sehr gut. Stefan, was ist mir die Idee passiert? Ich wusste nicht, dass ich hier wo richtig sein müsste. Ah, hier muss man so machen. Ich muss sehr ausmerksam Fahrrad fahren. Und das? Ich habe auch so Ball gespielt. Nehm dem Fahrwerk. Jan. Weiss auf dem Fahrrad fahren. Wir sind berühmt. Wir sind hier auf dem temple. Wir sind hier auf dem Weg zu Mustauber рaken. Vielen Dank.